Ich freue mich, dass Sie alle gekommen seien und mit mir bei einem 70er-Grundzeit. Dann darf ich ganz besonders meinen Gästen aus Amerika grüßen, die den Weitenbeck auf sich genommen haben, bei einem 70er-Grundzeit zu sein. Und zwar aus Münster, Arizona. Marino hat gesagt, ich will hier ein schönes Geschenk mitbringen, eine Klapperschlange. Da habe ich gesagt, lass die da ein, ich habe eine. Meine liebe Frau habe ich natürlich alles zu bedanken, damit ich so gut aussehe. Es tut ja gar nicht weh, denn wir sind ja noch jung im Herzen und im Geist. Auch in gar keinen Stein, verschoben und vergeist. 60 AD AD, 70 OLE! Geil! Bei OLE den... 70 AD AD, 70 OLE! 70 AD AD, 70 AD, 70 AD, 70 AD, 70 AD, 80 AD, 70 AD, 70 AD, 80 AD, 80 AD, 70 AD, 80 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 AD, Stimme, 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 Stimme!